Urlaubsünden USA Die USA zählen zu den beliebtesten Urlaubszählen weltweit. Kein Wunder, denn die Vereinigten Staaten bieten reichlich Abwechslung. Sonne satt in Kalifornien, Großstadt-Trubel in New York oder Natur pur in den Rocky Mountains. Aber aufgepasst, hier ist vieles ganz anders als in Deutschland und du musst dich auf einige Fettnäpfchen und Gefahren gefasst machen. Es gibt 10 Dinge, die du auf gar keinen Fall in den USA tun solltest. Wir stellen dir die 10 größten Urlaubsünden vor, damit deine nächste USA-Reise kein Reihenfall wird. Aus US-Serien und Filmen ist dir sicher schon bekannt, dass amerikanische Polizisten nicht gerade zimperlich sind. Im Kino und TV sind wilde Verfolgungsjagden, heulende Sirenen und exzessiver Schusswaffengebrauch an der Tagesordnung. Auch wenn bei Actionfilmen gern übertrieben wird, haben die Darstellungen einen wahren Kern. Aufgrund der eher laschen US-Waffengesetze müssen Polizisten bei Kontrollen stets mit schussbereiten Mitbürgern rechnen. Um hier Missverständnisse zu vermeiden, gelten bei einer Fahrzeugkontrolle folgende Regeln, die du unbedingt beachten solltest. Behalte deine Hände stets gut sichtbar am Lenkrad und mache keine hektischen Bewegungen. Fündige vorher an, wenn du beispielsweise deine Papiere aus dem Handschuhfach holen musst. Des Weiteren solltest du niemals unaufgefordert aus dem Auto aussteigen. Gib der Polizei einfach keine Gründe, nervös zu werden. So sollte die Kontrolle kein Problem sein. Sinne Nummer 2 Keine Versicherung Meist verdrängt man die Gefahr, doch auch im Urlaub kann man krank werden oder einen Unfall haben. Das allein ist schon ärgerlich genug. Doch Arztbesuche oder gar Krankenhausaufenthalte können zudem richtig teuer werden. Speziell die USA gehören bei den Kosten zu den internationalen Spitzenreitern. Für einen gebrochenen Arm werden in den Staaten schnell mal 10.000 Dollar fällig. Deine deutsche gesetzliche Krankenkasse kommt für diese Kosten jedoch nicht auf. Diese musst du komplett selbst bezahlen. Schließe daher dringend eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung ab, um dich vor hohen Rechnungen zu schützen. Die Zusatzversicherung ist nicht teuer und spart dir im Ernstfall sehr, sehr viel Geld. Sinne Nummer 3 Heikle Themen diskutieren Die USA sind nach der Trump-Präsidentschaft ein tief gespaltenes Land. Während die Küstenstaaten noch relativ liberal sind, wirst du in den Gebieten dazwischen oft auf recht konservative Meinungen stoßen. Viele politische Gesprächsthemen sind daher purer Zündstoff und führen schnell zu Streit. Vermeide daher Themen wie die starke Waffenlobby, den Klimawandel oder die Abtreibungsgesetzgebung. Zudem solltest du nicht den starken Patriotismus kritisieren. Auch Religion ist eher ein Tabuthema. Sünde Nummer 4 Alkohol in der Öffentlichkeit Die USA haben beim Thema Alkohol sehr strikte Regeln. Diese können je nach Bundesstaat allerdings leicht variieren. Grundsätzlich darf Alkohol erst ab einem Alter von 21 Jahren gekauft und getrunken werden. Eine Ausnahme dazu bilden lediglich das amerikanische Außengebiet Puerto Rico und die dazugehörigen Jungferninseln. Dort ist der Alkoholkonsum bereits ab 18 erlaubt. Des Weiteren wird Alkohol generell nicht gerne in der Öffentlichkeit gesehen. Wer Irritationen vermeiden möchte, der sollte sein Bier unterwegs in der braunen Papiertüte vom Supermarkt lassen. Im Auto darfst du Alkohol nur im Kofferraum transportieren. In der Fahrzeugkabine sind alkoholische Flaschen oder Dosen absolut tabu. Sünde Nummer 5 Fluchen Auch wenn in Hollywood-Filmen nicht selten geflucht wird, solltest du dir das besser nicht zum Vorbild nehmen. Die USA sind ein sehr religiös geprägtes Land. Besonders das Christentum ist stark vertreten. Fluchen ist daher äußerst verpönt. Insgesamt ist die Alltagssprache in den Vereinigten Staaten sehr höflich und kommt ohne Schimpfworte aus. Aber Vorsicht! Selbst bei Kleinigkeiten lauern Stolperfallen. Wenn du in einem Restaurant die Toilette suchst, frag besser nicht nach den Toilets. Das wäre bereits äußerst vulgär und käme schlecht an. Nutze besser die Begriffe Restroom bzw. Men's oder Ladies' Room. Sünde Nummer 6 Kein Trinkgeld geben In Deutschland bist du es sicher schon gewohnt, im Restaurant oder bei Taxifahrten Trinkgeld zu geben. Je nach Zufriedenheit rundet man einfach auf oder gibt ca. 10% dazu. In der Regel werden die Servicekräfte aber auch ohne Trinkgeld bereits ausreichend entlohnt und der Bonus ist nicht unbedingt notwendig. In den USA sieht es jedoch ganz anders aus. Das Grundgehalt des Servicepersonals ist deutlich geringer als bei uns. Die Mitarbeiter leben überwiegend von Trinkgeld. Deshalb sind in Restaurants 15-20% Trinkgeld üblich. Das ist keine Pflicht, aber ein ungeschriebenes Gesetz. Nur wenn du wirklich nicht zufrieden mit dem Service warst, solltest du auf das Trinkgeld verzichten. Es gibt aber auch Ausnahmen. In einigen Restaurants in Touristengegenden ist auf der Rechnung bereits das Trinkgeld aufgelistet. Achtet also darauf, ob auf der Rechnung Tip is Included steht, dann musst du nichts extra zahlen. Wer in Amerika konsumiert, ist gut beraten, vorher das Kleingedruckte zu lesen. Ein Preis ist nur selten der wirkliche Endpreis. Beim Einkauf im Supermarkt kommt an der Kasse immer noch die Umsatzsteuer des jeweiligen Bundesstaates dazu. Dieser Aufschlag beträgt meist 6-8%, manchmal sogar 15%. Informiere dich daher besser vorher über die lokalen Steuern. Bei einer Rundreise durch mehrere Bundesstaaten kann es sich durchaus lohnen, die Shopping-Tour an den Ort mit der geringsten Sales-Tags zu legen. Sünde Nummer 8 Keine Kreditkarte In Deutschland ist die Nutzung von Kreditkarten nicht unbedingt alltäglich. Die meisten Zahlungen werden mit Bargeld oder einer EC-Karte getätigt. Viele Menschen hierzulande haben daher auch keine Kreditkarte. In den USA kommt man aber ohne nicht sonderlich weit. Du solltest dir also unbedingt eine geeignete Kreditkarte zulegen. Achte dabei genau auf die Höhe der Fremdwährungsgebühren. Hier gibt es schon große Unterschiede. Auch der Kreditrahmen sollte vorausschauend gewählt werden, da dieser schnell ausgereizt sein kann. Bei einer Mietwagenbuchung werden zum Beispiel bis zu 1000 Dollar geblockt, die beim Shopping dann erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Sinne Nummer 9 Die How-Are-You-Falle In den USA kannst du dir bei einer Sache ziemlich sicher sein. Zur Begrüßung bekommst du ein How-Are-You, also ein Wie geht es dir zu hören. Wenn du jetzt ausufernd über dein aktuelles Wohlbefinden erzählst, wirst du damit für einige Irritationen sorgen. Denn How-Are-You ist lediglich eine höfliche und weitverbreitete Begrüßungsformel. Niemand erwartet wirklich eine Antwort darauf. Ein kurzes Fine-How-Are-You reicht vollkommen als Antwort. Auch Sätze wie See you later, also wir sehen uns später oder We get in touch soon, wir hören bald voneinander, sind reine Höflichkeitsfloskeln, denen du keine große Bedeutung beimessen solltest. Sünde Nummer 10 Kreuzungsregeln missachten Eine weitere Besonderheit Als Rechtsabbieger darfst du über rote Ampeln fahren. Hier ist die Regelung ähnlich wie der bei uns bekannte grüne Fall. Ein Sonderfall ist New York. Hier gilt die Regel nur, wenn ein Schild ausdrücklich darauf hinweist. Du kennst noch weitere Fehler, die man in den USA auf gar keinen Fall machen sollte? Dann schreib uns gerne einen Kommentar. Um künftig kein Video von uns zu verpassen, klicke auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Polo Team. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Polo Team. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Polo Team.